Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Produktvorstellung heute zum Thema Black Mist oder Tiffenfilter, wie auch immer. Dieses Mal von K&F Concept, die mir das Ganze für diesen Test zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Und der Disclaimer gleich hinterher, es gibt keine Produktabsprache oder Meinungsabsprache. Ich darf sagen, was ich möchte und ihr bekommt von mir die ungeschönte Wahrheit heute präsentiert. Black Mist Filter, die werden ja immer populärer, habe ich das Gefühl, gerade an der Fotografie. In der Filmereihe sind die ja seit vielen Jahren, denke ich, etabliert. Aber am Fotografieren sind die gerade sehr am Kommen und so ein bisschen im Hype, behaupte ich einfach mal. In meinem Fall habe ich mir die 77mm Variante hier zuschicken lassen und habe mir Step Up Ringe gleich noch dazu gesichert, sodass ich das Ganze nicht nur auf der Sony benutzen kann, die mich gerade filmt mit einem der Filter, aber da kommen wir gleich noch dazu, sondern ich kann das Ganze auch für andere Systeme nutzen, also andere Objektive, die kleiner sind. Größe geht nicht, aber kleiner als 77mm geht. Und da gibt es dann schon das ein oder andere Objektiv, was 67mm hat oder noch kleiner, vielleicht so ein kleines schickes 50mm. Da kann man dann schon diesen Filter drauf benutzen, eben mit diesen Ringen. Und das ist schon ziemlich praktisch. Gut, also daran solltest du denken, wenn du diesen Filter kaufst, kauf ihn nach deinem größten Durchmesser Objektiv, nimm diese Step Up Ringe und dann kannst du das Ganze auf jedem Objektiv quasi benutzen, was noch dazu gehört und kleiner ist. Es gibt in diesem Set, in der Mitlieferung gibt es zwei verschiedene Grades, könnte man sagen, also zwei verschiedene Stärken des Filters. Das sind keine ND-Filter, das darf man nicht verwechseln. Das sind keine Verlaufsfilter oder Pullfilter, sondern das sind eben diese Black Mistfilter. Bekommt gleich dazu. Und die gibt es hier in zwei verschiedenen Stärken oder zwei verschiedene Gratarten. Ein Achtel und ein Viertel. Und dieser Typ bezeichnet, wie stark das Ganze perforiert wurde. Auf der Oberfläche kann man auch, wenn man diesen Filter näher ansieht, sieht man auch eine kleine Perforierung auf der Oberfläche. Es hat wie ein Laser irgendwas da reingebrandet. Und ich hoffe, wir können das jetzt ein bisschen erkennen. Ich würde euch das jetzt in die Kamera halten. Aber ich befürchte, dass man das nicht wirklich erkennen kann. Man sieht es halt nur, wenn man das komplett direkt in das Licht hält, dann kann man das so ein bisschen erkennen. Aber ich denke, das wird schwierig. Auf jeden Fall könnt ihr so ein bisschen erahnen, was das Ganze macht. Denn ihr seht gerade auch hier bei diesem Look, und dafür ist ja dieser Filter bekannt oder dafür wird er eben eingesetzt, du kannst das Bild weichzeichnen. Es bekommt damit einen eher kinoähnlichen Look oder cineastischen Look. Und du kannst das Ganze, je nachdem, wie stark der Grad ist von dem Ganzen, natürlich übertreiben und quasi auf die Spitze bringen. Aber was mir besonders gut gefällt an dem Ganzen, ist der Look von Lichtern. Natürlich kann ich damit ein bisschen die Hauttöne weichzeichnen und generell in der Landschaftsfotografie so ein bisschen mehr Moody-Stimmung noch reinbringen, wenn das Ganze etwas weicher ist. Und ja, man kann das auch ein bisschen Photoshoppen, aber eben auch nicht genauso. Aber da kommen wir auch noch dazu. Jetzt filmt mich gerade der Filter mit dem 1,25 Grad. Und hier in der Hand habe ich den 1,8 Grad. Und bereits bei dem 1,25 Grad seht ihr hier hinten das Licht. Hier, hier, genau, hier. Wie das Ganze etwas verschwommen aussieht. Wir machen jetzt mal eins. Ich drehe jetzt mal diesen Filter runter. Dann könnt ihr quasi live sehen, wie das Ganze ohne Filter aussieht. Und dann bekommt ihr gleich mich, ich bekomme das schnell abgedreht, und bekommt ihr gleich mich in voller Pracht ohne Filter gezeigt. Und ihr seht, das Licht ist nicht diffus dargestellt. Es ist ein bisschen verschwommen eben durch die Optik, durch die offene Blende mit der Filme. Aber die Lichtquelle wirkt deutlich klarer. Ich halte nochmal den Filter davor als Vergleich. Und ihr seht, wunderbar, so ein bisschen Kontrast bekommen wir auch noch rein. Ja, so ein bisschen schon. Und vor allen Dingen sieht das Ganze einfach ein bisschen moody aus. Ein bisschen verschwommen, ein bisschen milchig und deutlich diffuser. Also jetzt der Fall ist, und bei dem 1,8 ist es natürlich noch ein bisschen stärker. Da sieht man auch ein bisschen den Effekt auch in meinem Gesicht. Du kannst gerne auf die Stopp-Taste drücken, um dir diesen Effekt mal anzuschauen. Also so ist es jetzt mit Filter. Ich warte mal kurz. Und so ist es ohne Filter. Wo du siehst, es gibt schon einen Unterschied. Man kann natürlich auch beide kombinieren. Ich kann auch beide mal übereinander halten. Dann dürften wir nochmal einen stärkeren Effekt haben. Und dann sieht man das, also ich sehe das auch hier in der Vorschau auf dem Display hier, dass auch selbst mein Gesicht so ein bisschen weicher wird. Und ja, wenn du jetzt Menschen fotografierst, die gerne ein super softes, super softes Skin-Tone haben wollen, quasi schon out of the box, dann kann man das natürlich verwenden. Bei Portraits zum Filmen generell, beziehungsweise wenn du Landschaften fotografierst, wie ich eben eingangs sagte, dann kannst du dir natürlich damit auch einen speziellen Look erzeugen. Und natürlich kann man das Ganze auch Photoshoppen. Ich würde den Filter gerne wieder draufdrehen, um euch den Look zu zeigen, weil der gefällt mir doch recht gut. Natürlich kann man das Ganze in der Bildbearbeitung auch einfügen. Und dafür gibt es gerade in Lightroom verschiedene Möglichkeiten oder in Photoshop. Ich kann mir die Verlaufsmaske hernehmen oder also die Verlaufsfilter hernehmen. Oder kann das Bild generell etwas weicher ziehen, gerade in den oberen Reglern, wenn du dann quasi von der Bildhärte, also die Klarheit hochziehst, wird das Bild härter. Es bekommt härtere Kanten und gehst du etwas zurück, dann wird das Bild etwas weicher. Du kannst auch die Weichzeichnung generell auslassen. Dann hast du auch schon ein weniger schärferes Bild, also etwas softer, als es rauskommt. Und der Unterschied aber zu diesem Filtersystem ist, in der Praxis so aufgenommen ist das Bild dann auch in diesem Look. Das heißt, ähnlich wie ein Polfilter, der die Spiegelungen auf Wasseroberflächen oder Gläsern oder spiegelnden Oberflächen generell, die Spiegelungen etwas rausnehmen kann, was du schwer rausfotoshoppen kannst, so sorgt eben der Filter dafür, dass dieses Bild schon so aufgenommen wird. Das heißt, ist dieser Effekt einmal drin, ist es ziemlich schwierig, diesen Effekt wieder rückgängig zu machen. Das heißt, wenn du jetzt dieses Glow hier in dem Licht drin hast und möchtest das dann doch nicht in deinem Video haben, dann wird das schon tricky, das rauszuarbeiten. Es geht mit Sicherheit, aber bedeutet wahrscheinlich sehr viel Arbeit, um das quasi wieder entgegengesetzt zu bearbeiten und ein bisschen mit Klarheit zu versehen, mehr Kontrast und so weiter geht. Aber das solltest du im Vorfeld wissen. Also wenn du diesen Look nur hier und da möchtest, setz es gezielt ein. Und das ist so ein bisschen die Kritik, aber das liegt in der Natur der Sache, auch von meiner Seite. Du sorgst dafür, dass das gesamte Bild diesen Look hat. Also man kann jetzt nicht sagen, ich möchte nur diesen Bereich haben oder nur jenen Bereich. Also vielleicht nur die Person oder nur die Lichter, aber die Person relativ klar. Das ist schwierig. Das wäre vielleicht eher so ein Fall von, du musst eben in der Postproduktion, in der Bild- wie auch Videobearbeitung dann reingehen und die Lichter, wenn du beispielsweise nur die Lichter so diffus haben möchtest, das kann man ja schon ein bisschen photoshoppen dahingehend, dann muss man eben hergehen und das Bild oder das Video nochmal extra bearbeiten mit verschiedenen Maskierungen. Dann geht das schon. Aber schick ist das auch, wenn du out of the box, wie gesagt, direkt in deinem RAW schon diesen Look hast und ich finde den gar nicht so übel, gerade in der Landschaftsfotografie, vielleicht kombiniert mit Menschen, kann das gut aussehen. Mein Tipp an der Stelle wäre, wenn du dir so ein System holst und du Lust hast, dieses Filterset mal auszuprobieren, der Link ist auf jeden Fall unter diesem Video, da kannst du gerne mal drauf gehen, da kannst du das Ganze dir kaufen und mal selbst anschauen. Ich würde dir aber empfehlen, das Ganze mit dem einen Viertelfilter erstmal auszuprobieren, dann anzuschauen, wie sieht der Look aus, gefällt mir das oder ist mir das einfach vielleicht schon too much, ich mag das vielleicht doch nicht. Also da vorsichtig sein, etwas beherzt rangehen und nicht zu stark, weil die Bilder sind dann so aufgenommen und du kannst das nur schwer wieder raus korrigieren. Auch wenn du ein RAW-Bild hast, der Look ist halt drin. Aber wem das gefällt, voilà, damit kannst du quasi direkt loslegen und kannst, wie gesagt, auch beide kombinieren. Man kann auch stärkere Grade noch sich bestellen oder einfach zwei Systeme holen und dann dementsprechend nochmal verstärken. Aber ich denke, dass schon die Kombination aus dem ein Viertel und ein Achtel Grad schon ziemlich stark ist und diesen Look muss man schon erstmal wollen. Aber der Look mit dem ein Viertel, so ein bisschen Körnung noch im Bild oder im Video, das sieht schon gut aus. Also wenn man da noch ein bisschen an der Radiationskurve arbeitet, weil das sorgt ja auch so ein bisschen dafür, dass das Ganze noch mehr in die Richtung geht. Also da kann man schon wirklich einen sehr, sehr guten Mut erzeugen in den Bildergebnissen. Ich finde es ziemlich spannend. Mich würde interessieren, ob du bereits solche Filter benutzt. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob ja oder ob dich das Ganze interessiert. Ob du der Meinung bist, das sollte man unbedingt mal ausprobieren. Schreib es mir gerne hier unter dieses Video in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es nicht viel dazu zu sagen. Dieses System wird natürlich, wie ich es gerade erklärt habe, auch mit diesen Cases noch geliefert. Das heißt, du hast dann die Filter hier in diesen praktischen Aufbewahrungsboxen. Da passiert auch nichts unterwegs. Sie sind wirklich sehr stabil, schon ein ziemlich festes Kunststoff. Das heißt, du kannst sie auch wirklich unbedarft in den Rucksack werfen oder in die Tasche legen. Also so schnell geht da nichts kaputt. Und die sind natürlich hier drin auch nochmal eingefasst mit diesen Ringen. Ihr könnt das hoffentlich sehen hier. Das heißt, sie werden auch in der Richtung gehalten und wackeln quasi nicht rum und könnten ihn zerkratzen oder kaputt gehen. Einziges Manko, sie sind natürlich nicht magnetisch. Jetzt ist wieder so das. Also wenn du kein magnetisches System generell hast oder möchtest, dann ist das das Richtige. Wenn du das Ganze magnetisch brauchst oder unbedingt möchtest, dann ist dieses System nicht geeignet. Das ist ein reines Schraubsystem. Ich denke, da könnte in nächster Zeit vielleicht auch noch ein Update bekommen, weil andere Hersteller haben es ja ähnlich gemacht. Da kamen danach den Schraubsystemen oder Schraubgewinden irgendwann die magnetischen Sachen. Aber auch die haben ihren Nachteil. Ich finde, magnetische Systeme halten zwar soweit ganz gut, aber die fallen mir schnell runter, muss ich gestehen. Also gerade die magnetischen, wenn die dann einmal ab sind, sind die auch wirklich ab. Und bei den Gewinden weiß ich eben, okay, ich komme der Sache näher. Jetzt geht es langsam runter vom Filter. Aber das ist wieder so eine persönliche Präferenz. Das muss jeder für sich entscheiden. Grundsätzlich finde ich es gut, dass ich die einfach draufschrauben kann, mit Step-Up-Ringen natürlich, wie gesagt, nochmal für andere Objektive verwenden kann. Und in diesem praktischen Case, womit sie geliefert werden, die zwei, da kann ich das Ganze problemlos in den Rucksack legen und einfach on location mal ausprobieren. Oder ich habe sie dabei, wenn ich sie brauche. Und das finde ich ziemlich gut. Ich hoffe, das war jetzt ein gutes Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat ein bisschen erklärt, wie dieser Look aussieht. Weil, wenn man das nicht ausprobiert hat und nicht mal 1 zu 1 im Vergleich gesehen hat, dann hat man, glaube ich, kein Gefühl dafür, wie sieht das aus, wie wirkt das? Filter drauf, Filter ab, ja, möchte ich das? Ist das was für mich? Weil viele finden das spannend, habe ich rausgehört. Viele von euch fragen mich immer mal wieder, welche Filtersysteme kannst du empfehlen? Und mit einem Polfilter und das, das ist schon ziemlich geil. Also gerade draußen, gerade wenn es ein bisschen nass draußen ist jetzt in der Herbstzeit, da kann man schon ziemlich coole Sachen damit kreieren, wenn so ein bisschen Licht noch durchkommt. Also, zum Spielen gibt es da genügend, das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren, wie gesagt. Und der Link ist unter diesem Video. Schaut da gerne mal rein, das würde mich sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, empfehlt ihn weiter. Und Updates zu diesem System gibt es auch regelmäßig auf Instagram. Das heißt, ihr könnt mir gerne auch dort folgen. Denn in meinen Storys werde ich immer mal so über das Equipment sprechen, was ich gerade teste. Und da gibt es hier hin und wieder spannende Sachen zu entdecken. Also, bleibt dort auch gern dabei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.